hilfe die omega striche wow ich habe gerade mit dem finisher nicht getroffen von der combo ein heißgetränk ist ausgelaufen was passiert wenn man ein heißes bad reinlegt der schmilzt schneller das schmilzt richtig schnell in einer heißen wette erstmal mit schneebein rumwerfen während kirin rum attackiert aber nichts trifft ja schon scheiße ist geliebt hey du wirst nicht gesandt wer hat joh nein du wuren so dass ich nehmann getötet ich hätte den schnee mann getötet dann halt ja das ist schon scheiße blase freund bruder blase kumpel blase stimmt so hieß der blase im kumpel woher war ein schmal wer war das wer hat die flamme kriegserklärung blase 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 ich bleibe mami ich auch ich auch hi wie asted Merlin, danke, dass du mich nicht rettest. Du stehst irgendwie, er rettet mich einfach nicht. Ja, du überlebst das Schuss, ich glaube, meinst du. Oh Gott. Oh no, es sind wieder coolen Haare. Mhm. Oh mein Gott, Karier weg. Ey, mein Feistgeschein ist aufhöf. Wow. Wie lange weht das Fisch bitte? Wir haben kaum draufgeschlagen. Ja, richtig. Wir haben es gerade einmal umgeworfen. Ich hätte gar kein Tarn überfahren bisher. Ja. Merlin, jetzt weißt du, glaube ich, warum, ähm, die Jagd in so, zum Beispiel, die Monster-Tamara so einen kompletten Tag und so dauern. Weil die auch die ganze Scheiße machen. Ja. Das wird doch unterfallen, ein Time-Skip. Okay, du solltest auch ein Time-Skip einbauen, das war erst in einem Jahr weiter spielen. Ja. Okay, aber was hat das nicht passiert, voll dumm. Ja. Ja. Das ist hier. Das ist hier. Die sollten fallen. Jawoll. Ah, danke. Ich bin froh, dass ich diesen Blitz gekontet hab, sonst wär ich gestorben. wir hätten auch einfach wie heißt safeguard essen können oder mobsi damit wir nicht gewohntet werden ja 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 hier ist es Komplett eskalierend jetzt. Ein kleines Opening. Ja, komplett zerstört. Es stirbt jetzt sowieso. Also es hat keine Chance, wenn es home wird. Oh shit, nein. Das ist wieder aggressiv. Oh nein. Er hat die Taktik durchschaut. Supersteigend Modus. Uh. Oh, aua. Uh. Du. Erich, probiere das. Ja. Hey. Warum hat es nicht funktioniert? So leidig ist ja die Mutter, dann kommt noch zu dir. Ja, los. Ich höre nicht. Ich mache das per Gebärdensprache. Ach so, okay. Mit der Leckfalle. Nein. Jetzt zeige ich ihm das mit dem Schwert. Er ist die einzige Sprache, die er versteht. Nein. Er ist gleich fertig mit Humpeln. Dann gucken wir uns am Ende. Und auf einmal eskaliert er direkt komplett. Er läuft tausend Jahre rum. Auf einmal. Oh, ich habe getötet. Ja. Wir sind König. Wir sind richtig König. Wir haben die Keck geschaffen. Oh, wow. Oh, wow. Wir haben die ganze Zeit Bullshit zu machen. Ja, das will Erzen gehen. Silbermine. Dazu sage ich nur eins. Ich habe keiner bekommen bisher. Warte, ich wollte das machen. Ich wollte das machen. Erzählen wir noch fünf Silbermine. Ich hoffe, ich alle eine Belohnung bekommen. Puh. Ey, Jungs. Schlaf nicht mal zusammen oder so. Ich habe wieder 1.500 Verteidigung. Okay. Oh, ne. Falsches Ding. Da. Das hier ist gut. Das ist halt schon gut. Oh nein, Erneu. Hör auf damit. Oh Gott. Er denkt, er kann was machen. Richtig. Das Ding ist, Erneu würde wirklich so tanzen. Ja. Ich glaube auch. Die sieht so aus irgendwie. Ja. Das Ding ist zu mächtig. Das Ding ist zu mächtig. Bruder. Eine Silbermine. Ich hab drei Eintritts oder so bekommen. Dieses... Totmachen. Töte 50 Sachen älteste. Ah! Wir hatten halt wirklich keinen Respekt vor dem, wenn wir tanzen dürfen mit Schneeband rum, wie soll ich da auch tissen? Ich hab Frostgipfel fest bekommen. Wenig Zutaten? Mhm. Aber du hast natürlich die Eisbohren Trophäe davon, ne? Was? Nein. Ja. Bruder. War nicht ernst gemeint. Okay, gut. Ich weiß nicht mehr, was der Junge meint. Es gibt noch 50 Drachen Älteste in Master Rank machen. Gibt's auch ne Trophäe für. Ach ja, stimmt. Das Bild liefer geil aus. Oha. Das ist mir den Mantel aus dem Spaß. Ich mag die Haare von Kirin, die hat so zwei Hörner auf einmal. Ja, die sind zwei Hörner. Es ist Pokémon aus Schwarz und Weiß. Das heißt zwei Hörner? Nein, das sind Elza. Und auch zwei. Bullshit, Digger. Ja. Wolltest du hier mit dem coolen, äh, den Dagger Giganten anreden? Ja. Aber ich weiß, ich muss dem ja richtig zuhören, ne? Okay. Ja. Bitte. Ich habe die Analyseabteilung recht nach meiner Rückkehr gebeten, dich das anzusehen. Die sind wir gerade dabei. Was bitte nochmal, was hat er gesagt? Noch nichts. Noch nichts. Aber ich muss nur daran denken, dass es gleich kommt. Das ist das. Gut. Wir sind nur gerade dabei, ähm, das Aus zum Baldo war, hä? Wenn man davon spricht, die suchen nach uns. Das bedeutet, dass er rausgefunden hat, wo das Ding hergekommen ist. Ich weiß, dass du unbedingt nicht mehr über diesen Tyreen wissen möchtest. Du kommst also mit. Los geht's. Puh. Hat er noch nicht gesagt, woher das Heck kommt? Alles gut, Gerdin. Wir sind alle hier. Erzähl uns, was du über HAL vorne rausgefunden hast. Wir freuen uns. Zuerst haben wir die Mähne untersucht, um herauszufinden, was er wandte an. Ähm, dann haben wir aus den Hüsen Spielen von Erd analysiert, so in der Lage, Rückschlüsse aus einem Herkunftsort zu ziehen. Und dann unsere Folge zu kriegen, dass er aus dem Leitland gekommen ist. Was? 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 Wie ist er von dort hierher gekommen? Er ist ein guter Schwimmer. Lach. Er ist ein dreidiger Star. Es ist nicht unmöglich, dass er ein Großteil Pferde wohl überwinden. Ja, übers Meer natürlich. Alter, hast du mal auf die Map geguckt? Ganz oben rechts, Leitlande. Ganz oben links, Raureufweite. Kirine. Ja, Kirine. Ganz oben stand da. Mal eben rüber gehopst. Hahahaha. Davon mal abgesehen, da hat die Frage, warum das Horn des Kirines beschädigt ist, eine Tüte Sorge der Gegner beantwortet. Ja, richtig wichtig. Der Schaber in dem Horn, darf nicht etwa von kleineren Verletzungen schließlich das Spitterung geführt haben. Nein, es gab unter plötzlicher Krafteindrückung nach. Mit anderen Worten, etwas unter dem Leben unter das Horn von Kirine durchgebrochen. Hat gerade Wissen, was unglaublich starker Monster schwächere Spezies vertreiben, wenn sie in deren Lebensraum eindringen. Und die Einveränderung fliehender Monster an anderen Orten hat einen drastischen Effekt auf das Ökosystem. Glauben Sie, dass dies hier ein Fall sein könnte? Oder dass diese Geschichte nur frei erfunden. Jetzt könnte auch den Fluch vor etwas gewesen sein. Verließ die Leitlande und kam fließend in die Raum weit weiter. Hm, da bleibt also nur noch eine Frage. Was könnte eine so mächtige Kreatur wie den Kirin aus einem natürlichen Lebensraum vertrieben haben? Nein, das werden wir uns wohl selbst ansehen müssen. Chef, ist es okay, dass wir losziehen? Bitte, Chef. Du fragst dich immer auf Mist, als ob du jemanden zönen würdest. Versprich mir einfach, dass du nicht in den Hals rustieren und wenn du Ärger bekommst, überlass ihn der Fünfer hin. Ach, keine Sorge, gut. Los geht's, mach zuerst die Quest und dann mach dich bereit. Jawohl, ich bereite alles vor. Ich gehe voraus und erkunde, dass wir uns warten. Ah ja. Sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass die aus der Mähne und den Dreck in den Hufen herausgefunden haben, dass das Kirin im normalen Land bis komplett dort hin gesprochen ist. Aus dem Guiding-Lens, aus dem Guiding-Lens, Merlin. Das, was du gerade entdeckt hast, das mit dem fliegenden Basel, diesen Shit. Es ist von da hergekommen, oder? Verkennen die an deinen Füßen weg. Ja. Ja. Ja natürlich, Analyse und so, das ist ja kein Problem eigentlich. Aber ich fand die Erklärung, wie das Kirin wohl rübergekommen ist, am besten. Ist halt ein Dreier, ältester. Mhm. Ist halt schon geschwommen. Passt schon irgendwie. Ah ja, ich versteh schon. Ah ja. Oh shit. Ja, was willst du voll gut? Schwachsinn. Äh. Ich war auf dem Bauch. Schwachsinn. Was für ein Höher? Ja. Wir haben keinen Druck auf der Scheibe, oder? Doch. Komm, los, niemand. Der ist supergeil, ich glaube mir. Wie kannst du mir vertrauen? Wie kannst du mir vertrauen? Nee, erstmal musst du, glaube ich, sowieso in die, äh, Leitland oder nicht? Äh, Katzen. Ich kann nicht was annehmen. Ja, dann nehmen die an, ja. Fimfen gehen wir. Ja. Und wir machen jetzt. Nice. Ich muss das nach Katzen sehen, richtig? Ja. Mh. Zwei Katzen sehen, das ist ja nicht. Ich glaube sogar drei Yelter. Ich weiß nicht. Du hast sie gestern, vorgestern gemacht. Okay. Wer, welche denn? Achso, die, also er macht jetzt Rajan. Okay, ja. Ich bin nicht sicher. Ähm. Zwei oder drei Katzen? Zwei, ja. Zwei, okay. Einmal die beste Katze im gesamten Spiel. Okay. Und einmal die langweiliger. Okay. Ja. Du meinst, die zweite ist die langweilig? Ja, die zweite ist fucking langweilig. Mhm. Nein, die zweite ist eigentlich gut, weil da stirbt jemand. Hä, nein. Spoiler. Da stirbt nun nicht fucking, äh. 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 Rajan steht genau. Nein. Da stirbt er Solo. Nein, Chewbacca stirbt er. Ich bin richtig, Mann. Scheiße. Ja, der wird so. Ich nehme mal noch der Manns auch mit. Oh, der Peral. Hm? Der Peral ist doch so. Scheiße. Aber ich glaube, Jevil Joe wird mich tausendmal vernichten. Aber stimmt, du hast recht, Jevil. Zum Glück hab ich noch Challenger-Mantel ausgerüstet. Ja, dann kannst du auch Challenger-Mantel. Dann mach dir mal nicht rein. Okay. Ach so, der geht hier vor. Was ist denn bei Hölle? Gas auf ihm, Mann. Oh, der hat gerade so hoch. Hat er den nicht genommen oder durchgeworfen oder so? Nein. Das sind Steine. Okay. Oh, okay. Das ist interessant. Der ist Kerim-Spuren. Was hat Kerim damit zu finden? Ach, sind die Kerim-Spuren von dem Kerim, das sich rüber teleportiert hat? Ja. Das hat er ja vorher gewogen. Es ist nicht rüber geschwommen. Es ist rüber geschwommen. Äh, der Wasserwelt ist frei. Der kann halt Distanzen überbrücken. Man weiß zwar nicht wie, aber... Die können los. Erklär uns zehn von zehn. Die wollten doch einfach nur Kerim in die Rauhreifweite packen, weil das schön aussieht. Ja... Oh, K2-3... Wie geht erstmal eine Stunde? Krim-Spuren. Uiuiui. vor allem schön wie der admiral der gerade eben im schrutt lag und dann einfach so ganz gechillt den arm da hatte und sie saß und sich da richtig ganz nix hat schon ja der hat mir halt wird er durchgeworfen er hat gerade durchgeworfen ja jetzt kommt ein richtiger war in den richtigen kopf sachen der mittel zerstört deswegen warum kann kirin den angriffen so normal auf wahl was ich nicht was oh kirin richte die mit das horn nein doch nein doch nein doch du was will das als ich hab den ich fand die frage so geil wenn man weiß was passiert hat kirin schon die bombe gemacht merlin ja das ist ja das horn oh super feier ja ja bildkräfte das ist die rachanlo aber dafür kommt jetzt die lager das ist sehr cool richtig cool komm 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 wir wollen so ein scheiß steinboden sein das nicht so was gesagt auch ja irgendwie mein böser zwillingsbruder ja stimmt ja genau ja er hat sein vater ist nicht ganz schön sein blutzer zwillingsbruder ist rasch und sein ekliger onkel ist er hat das sehr glücklich und glädigere scheiß bleibt so lange darauf wie du kannst bei ihm also solange wie möglich bei ihm darauf bleiben an seinem arm hängen an seinem arm hängen die ganze zeit aber jetzt wenn er mich dann das ist trotzdem anfang nicht älter moment er hat das bilder gemacht warum soll ich geglaubt werden will nein merlin soll das bleiben dass sie das sieht ja mir endlich mal seinen arm aber er ist dich auf er beißt auch ein stück von der bericht er bricht dich ab er bricht dich in der mitte durch und dann ist das fatality er ist noch nicht fertig erst mal er steckt jetzt erst mal ja das ist vollkommen unruhig auf dieser beine geht auch so ein bisschen fletzen das ist zufriedenstellend wenn wir den schwanz kaputt machen aber weil du selbst noch einen brauchst du hast schwach ey oh oh ey 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 diarrhea ey 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 ok gut dann nehme ich auch noch paar Fangen mit ey 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 hallo der will jenio jetzt nicht er läuft weg er läuft weg von ich hatte kein slingermunizierung ja ich bin auf dem weg nein hey jo letztes mal wieder flex der hat einen laser gesprungen in meiner fresse er ist das camouflage schluck hinten schluck 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 ja genau alles klar hast du das gesehen merlin was für ein hacker gleich am ende kommt und gleich an der seite kommt irgendwo noch mal richtiger premium deutsch text deutsch ja brutal auch richtig und wo kam der laser hilfe da jetzt ja ralf jungs kämpfen jetzt wenn ich komme ja schnell wir verpasst gerade gegen die monja man hat das gar nicht gesehen ja und wenn man nicht mehr schreien würde könnte ich auch mal glitzer aufsammeln toll jetzt habe ich die anstatt glitzer aufsammeln habe ich die niedrückgröße getreten und dann hat er noch mal geschrieben das heißt ich wurde von der kröte getroffen besser wäre ich schlafkröte gewesen toll azuratholos schreit fünfmal und verschwindet top richtig gut ich glaube ich kämpfe ich glaube auch der verpflichtet ist glaube ich komplett aus dem gebiet ja eben richtig lustig hier kommt der abbrült rum geht wieder weg erst mal aufmachen ja auf der straße da ist er wieder weg das war gut geworden hättet wie du diesen ziellaser da hattest du auf einmal wirst du gewonnen hättet prägnung ich hab dir von gestern kacken hier mhm kann gar nicht passieren mhm 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 ich hasse mich